Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere. Wir gehen jetzt Richtung Winterpause zu. Es ist also jetzt der 15. Spieltag, der dritte in der Händenrunde. Nach dem klammerösen 3 zu 1 bei Real Madrid geht es heute in der Bundesliga weiter, und zwar auswärts auf Schalke. Wobei ich jetzt mal noch gucken möchte, gegen wen wir in der Champions League antreten dürfen. Das sollte ja soweit eigentlich klar sein. Wir sind ja Gruppensieger, wenn wir das Spiel gegen Real gewonnen haben. Steht noch nicht fest. Hier müssen wir jetzt antreten, oder was? Ach so, weil die auch... Oder sind noch nicht alle Teams durch? Doch, sind theoretisch alle durch. Wir gucken gerade mal auf die, wer weiter ist. City, Porto, Leipzig raus. Dortmund, Liverpool. Wir sind weiter. Juventus, Turin, gegen Benfica. Klubbrücke, Manchester United. Rapid raus. Bayern, Barcelona. Ja, wir weiter. Also, ergo, bis auf RB Leipzig sind tatsächlich alle deutschen Vereine durchgekommen. Wir sind weitergekommen, Dortmund weitergekommen, die Bayern weitergekommen. RB spielt zumindest in der Europa League. Ja gut. Okay. Steht also noch nicht fest, gegen wen wir im Achtelfinale antreten. Jetzt geht es aber erstmal auf Schalke weiter und dann geht es gegen den VfB. Und dann geht es nach Mainz. Also jetzt geht es Schlag auf Schlag die nächsten drei Spiele. Also, durchaus knackiges Programm. Gehen wir rein ins Match. Spieltag noch 15. Also bis zur Winterpause jetzt noch drei Spiele. Also, ich möchte ganz kurz mal ein bisschen Fitness, das Fitnessgründen zu sagen, jo, lass mal die Leute ein bisschen ran. So, ich darf hier Leadtest. Für Fischer, Rote. Ja, eigentlich müsste ich auf die linke Seite mal tauschen. Nur, boah, möchte mal wieder von Beginn an spielen. Darf er auch mal und nur Aubameyang ein bisschen schonen. Pirera. Dementsprechend auf die rechte Seite. So. Okay. Dann ist es soweit eigentlich. Ja, wohl fast eigentlich, mehr oder weniger. Ich stelle doch mal raus. Mit Lämpferle tauschen. Und Kleefisch macht mal den, geht mal auf den 10. Damit wir einfach mal ein bisschen durchwechseln. Und wir haben vierte Spieler an Bord. Für die nächsten anstehenden Aufgaben. Jetzt haben wir alle drei Spiele, alle drei Tage ein Spiel. Wie gesagt, jetzt Schalke, Stuttgart und Mainz. Die nächsten drei Gegner bis zur Winterpause noch. So, okay. Gehen wir rein. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. An dem Mikrofon sind heute wieder einmal Wolf Fuss und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt. Und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann ist es auch immer intensiv und hochklassig. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Naja, und nichts würde ich jetzt nicht behaupten, weil es geht für uns zumindest darum, an den Bayern dran zu bleiben. Drei Punkte sind da vorne. Ja, wo müssen wir gucken, dass wir gewinnen heute. Drei Punkte. Drei Punkte. Ja, ja, ja. so geht sofort ins match wir dürfen jetzt ein mal oder weniger gerade nicht mehr wirklich sie dürfen sich nicht mehr allzu viele punkte liegen lassen wenn man doch mal in richtung bayern greifen wollen ich darf nie bis jetzt ja der arbeit der hat jetzt der abschiedspunkt verpasst geht aber dann noch mal durch und kommt noch mal weit eine befreiung hier da waren sie zu wichtig als gut auf glaube ich so ist es auch gewesen da ist noch mal die wiederholung dieses tors ersetzt sich durch und dann aus kurzer distanz ist das stark gemacht da haben sie am ende keine große mühe also wird das saisontor für jusuf am okku das war es gar nicht mal so war gar nicht mal so schlecht dass der 1 leute aussteigen und zieht dann wieder schalke nun also laut aus dem treffer im rückstand für bayreuth ist es ein wichtiges tor weil wie gesagt natürlich die bayern spielen aber der ball ist jetzt herr oder ab die post ja wie das darf er nicht so lange abseits sei glück gehabt und ja es war richtig weiter geht's verräger spieler oder und schalke man spieler okay sagt der jopa der bracher prallerei geht rein geht dann mit seiner hand 150 spieler hat er jetzt schon auf der trainerbank absolviert buschi ein ende ist natürlich noch nicht das wird gefährlich weil erst mal glücker hat dreimal noch gar nichts da kann ich doch egal wir haben wir trotzdem weiter geht's und gerade heute geht zwar jetzt gibt es in die andere richtung war am ende dann doch nicht entschlossen genug wir geben über ein studio im spiel von leverkusen gibt es einen treffer ja wir haben hier das erste tor für leverkusen neuer spielstand damit 1 zu 0 22 minuten sind hier gespielt so ist es gut wichtig weil die bayern 0 1 in die bayern leverkusen habe ich jetzt gerade mitbekommen gute flanke auf den langen posten warte mal ich höre die feste ja ja wird das antworten sie bekommen den einwurf jetzt ich habe wohl doch gerade so weiter zu gehen und klasse durchgesetzt rieber weil kommt in die mitte das ist wichtig dass sie da klären er hat vielleicht die chance für den konter posten der blase schon lange nicht mehr auf schalke spiel zu uns ausgeliehen ist erst mal ein guck schalke jetzt überhausen da kommt ja das ist so einfach sie werden wir so einfach das gut da ist kalt das war viel zu einfach viel zu da steht überhaupt kein an weg die komplette hat oder der näher auch nicht ganz so oft und dann steht auch noch 33 und das ist bitter weil sie bayern wie gesagt hinten liegen wir jetzt die nur den ausgleich kassiert haben und es ist sowieso nicht einfach ist es euch spiel zu nennen weiter der geht durch kandrate verdammt ich habe mich verdrückt hier eigentlich wollte ich das anders mal ich wollte da geschießen es wird zu einem das wäre vielleicht wieder eine mögliche wieder in führung zu geben ja da viel leute solche situationen können auch mal durchaus nach hinten losgehen jetzt mal der sitz den ball gut durch schön hera gut verteidigt er hat elf meter er veröffentlicht und es ist absolut richtig die hand hat auch nichts zu suchen es ist ein halbes meter und es hat die große chance auf 21 wieder zu stellen der kippa geht rein und jetzt tritt mokoko kurz vor der pause die erneute führung die chance für die kippa ich glaube auch wenn er da hingegangen wäre das wäre wahrscheinlich immer so nicht mehr gewesen dann wäre es gewesen also wechsel auf jeden fall müssen wir glaube ich wechsel ich glaube sie ist angeschlagen kläfisch ok 221 ja der wird jetzt raus gehen ich muss jetzt raus nehmen leider der nächste der angeschlagen ist auf die nicht allzu lange ich nehme ich denn dafür rein schalte ruppen auf die zehn das bleibt ja nichts anderes üblich eine minute wird jetzt noch oben draufgepackt also wie gesagt hat er bitte absolut richtige entscheidung meiner meinung nach auch jetzt mir besser die veto wie gesagt ich bin schalke fan tatsächlich und ja aber wir meinen eigentlich lieblingsverein so weh zu tun das war ich nicht gerne aber und damit tränerin und möchte natürlich jedes spiel gewinnen und so kommen dann auch die erfolge sie führen sie zur pause alles gut aus ok da scheint irgendwas mit der anzeige dafür nicht so ganz zu stimmen wenn es das richtige ergebnis noch ein zeigen würden also also mokoko bayern und unentschieden aktuell werden wir bis auf einen pünktchen dran und hoffen drücken wir noch die leberküse die dann unser ding nach hause zu fahren zweiten hälfte wie gleich ich weiß jetzt gar nicht wie viel wir wahrscheinlich die lasche oder so was ausgesprochen wird ja keine ahnung spaniere glaube ich gefährlich den schuss kann er blocken jetzt aber habe den abprallern und der abschluss schilderung und die vorlage kann man da wie das machen jetzt sind sie mit zwei treffern vorne schau doch mal auf die wiederholung schön aber keine abseits schnell treiben kommen nicht in der herde gibt man keine chance viel zu schnell und im abschluss auch noch effizient 31 heißt es also jetzt also wirklich das ist jetzt bitte dass man da jetzt das wird abgelöst hat er bekommt sie haben wir da eigentlich jetzt gibt's abstoß abschluss und dann sitzen wir ja noch in sachen ballbesitz sieht die gäste hier die bessere ich brauche wir haben ja eine neue saison kommt ja auch noch organer wieder zurück für zwei jahre doch reitung ausgeliehen und schon sich der so entwickelt hat nach zwei jahren ja schon weniger viel langen unsicherheitsfaktor für borusia immer wieder verzeihen sie haben sie habe ich hier rausgenommen man guckt gerne mal jetzt erst mal die super tor setzt sich durch geht frei aufs tor und macht auch hier alles richtig der neue spielstand lautet hier also 3 zu 2 entschuldigung dass wir diese info zum anderen spiel das heißt der bvp macht also das tor der neue spiel stand 1 2 1 ja bei verlust in der vorgesehen matriz jani und nötiger meter für schalke 04 jetzt gibt es tatsächlich noch der landstab wie lidl und noch die gelbe karte obendrauf und vielleicht der ausgleich werden doch der winter kinder hatten wieder super sagt die höhe von mir geht er nicht vorbei ja muss er jetzt müssen warten und jetzt gp vielleicht kriegt das jetzt mal jetzt wechseln sie hier aus der ball ecke in die mitte er lässt sich da nicht auf aber das war der fall der mara der springt genau im richtigen moment super parade das wird abschluss geben abschluss ok 42 wert wichtig also der fb war glück dass wir die noch verschossen und dann verschossen werde ich mich jetzt ein bisschen geärgert habe ich jetzt seit daher ist noch eine viertel stunde zu spielen für die schädchen doch in der partie von bayern münchen gibt es einmal genau genauere infos bekommen wir aus dem studio wir haben hier den zweiten treffer für bayern münchen victor osimian ist der torschützer dabei hat führt wieder hat dreht die partie gegen dem abwehrfehler gefallen ja klar das nutzt er natürlich eiskalt der neue spielstand lautet damit also zwei zwölf gespielt sind 77 minuten die balle sind vielversprechend aus jetzt können sie es entscheiden jetzt müssen sie aufpassen regulär sind es noch sieben minuten jetzt tempo über muriba das könnte was werden jetzt er kann dieses duell gewinnen also wurde er du kriegst ja gar nichts mehr auf die reihe der hat ja gar keine tor chance geführt jetzt werfen wir mal ein bisschen durch genau wenn man doch ankommen wir haben jetzt doch gute fünf minuten vielleicht mit nachspielzeit was für eine rettungstat er verhindert das tor verhindert kurz vor spielende einen höheren rückstand ja das wäre die entscheidung gewesen und jetzt haben wir nur wo vielleicht mal leider nicht hier kommt die nachspielzeit zwei minuten gibt es energischer vorstoß das könnte durchaus gefährlich werden jetzt jetzt ist es vorbei wir gewinnen aufschlag mit 32 zeigt wie stark sie in der offensive sind wir kennen alle die statistik sie haben den besten sturm und haben wir das hier gegner wieder verschossen sie machen ein tor nach dem anderen und auch wenn er heute in der abwehr erstaunliche lücken waren am ende wird es der sieg und dann ist auch keiner unzufrieden schalke jetzt über außen so ok dann haben wir das ding durch wir gewinnen hoch verdient bayern pappt richtig gegen bayern leverkusen mit zwei zu zwei also sind nur noch einen punkt weg und jetzt tut natürlich dieses unentschieden gegen düsseldorf was eigentlich überhaupt nicht geplant war weh na gut wir sehen uns in der nächsten folge wieder und dann geht's weiter mit dem duel gegen den vfb stuttgart ab 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 Bis zum nächsten Mal.